Alter Falter, das ist eine ganz schöne Route. Kann da auch halten. Dann Route schließen. The Route is closed. So, und dann from the other side. So, ali hopp. Da. Haben wir hier zwei hintereinander? Ich weiß es gar nicht. Wir machen es mal so. Chat müssen wir auch mal lesen. Ob das sich jetzt alles um den Armee dreht. Naja, ist auch wohl was besonderes. Ja, ja, gut, kann man auch. Ja, schwierig zu sagen. Danke, Zerron, dass du mir auf die Nase bindest, dass du Urlaub hast. Naja, gut, komm. Das haben wir ja alle mal irgendwann, ne. Das hat sich auch jeder verdient, denke ich mal, in den Urlaub. Ähm, ja, bin ich auch ganz heilfroh drüber, ehrlich gesagt, mal so ein bisschen ausspannen zu können. Ich glaube, da hat er nicht gehalten. Dann hier, ich weiß es nicht. Wir machen es halt, wie gesagt, immer so ungefähr. Das ist auch eine Riesenroute. Aber ich hoffe halt, wie gesagt, äh, nicht unbedingt, dass die Geld rein spielen. Das ist mir jetzt nicht so wichtig, die Routen. Viel wichtiger ist, dass die Routen, ähm, den Verkehr entlasten. Obwohl wir ein leichtes Minus schon haben von 17 Personen. So, dann geht es hier lang. Wir müssen hier wirklich sehr aufpassen, wo man hier, wo abbiegt und wie abbiegt und warum man abbiegt. Und, ja, alles nicht so einfach. Dann haben wir das natürlich mit. Pardon. So. 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 Dann, da haben wir noch einen. One step more. So, dann das. Jetzt müssen wir überlegen. Dann ging es hier runter. Am Bahnhof. Hier scheint er auch noch gehalten zu haben. An der Universität macht auch Sinn. Wir sind gleich da. Wir müssen es gleich geschafft haben. Okay, das geht natürlich nicht. Ist ja klar. Doch, das geht auch. Eigentlich sollte das jetzt passen. So, dann machen wir das Bordeaux-Rout weg. Ist Bordeaux, ne, ist nicht ganz Bordeaux-Rout gewesen. So, dann haben wir das auch. Dann haben wir da auch eine neue Linie. Sehr schön. Und der Bus fährt hier. Schaut euch mal, wie der Bus fährt. Der ist hier einfach durchgefahren. Ha. Ähm. Okay, ich bin auch sehr gespannt. So. Hier läuft's. Radwege werden kaum benutzt. Also, die brauchen wir wohl nicht unbedingt. Generell mit den Bussen läuft hier auch super. So. Und dann würde ich sagen, haben wir wieder ein bisschen getan, um den Verkehr hoffentlich zu entlasten. Denn wir haben wieder einen Wachstum von 133. Unglaublich. Unglaublich. Uncredible. So. Ja, der Stau hier ist krass. Also, die Stadt wächst so extrem. Was macht denn unser Stern? Hier wird nirgends gebaut, ne. Aus irgendwelchen Gründen. Wahrscheinlich haben die noch genügend Plätze hier. Ja, gut. Hier ist auch noch Bauplatz. Ja, gut. Da bauen die da natürlich zuerst. Klar. So. Dann haben wir das auch. Hier fließt der Verkehr. Obwohl hier auch sehr viele Kreuzungen sind. Aber das sind ja alles Einbahnstraßen. Das ist der Vorteil. Darum baue ich jetzt ganz gerne mit Einbahnstraßen, um den Verkehr so ein bisschen zu kontrollieren. In einer Richtung geht das eigentlich ganz gut. Ähm. Ja. Da kann man das mal ruhig anbieten. Und werden diese Wege hier, die werden auch gut genutzt. Muss man mal sehen. Das, das lohnt sich richtig diese Wege zu bauen. Definitiv. Warum fährt hier der Bus lang? Gibt es hier wirklich eine Route? Und wenn hier eine Route ist, warum hält der nicht hier? Warum hält der erst da? Würde ja auch Sinn machen, wenn der hier hält, oder? Das würde ja schon Sinn machen. Ob der jetzt hier schon anhält, weiß ich nicht. Aber zumindest die erste Person ist schon da. Ne, das dauert ein bisschen, weil der natürlich aktualisiert. Der vielleicht auch noch nicht, weil der noch zu nah war. Wir gucken mal. Aber der nächste müsste sein. Der dürfte da definitiv anhalten. Ich verstehe nicht so ganz, warum der hier so eine riesen Fahrt macht. Was macht der Bus? Jetzt mal ehrlich, warum fährt der Bus hier rum? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Oder kann der nicht darüber? Habe ich da irgendwas eingestellt, was ihn ärgert? Das macht ja keinen Sinn, dass der in den Kreis fährt. Was macht der Bus? Der Bus hält hier nirgends an. Der hält hier an? Okay. Ja, eventuell müssen wir die Linie nochmal neu machen. Die ergibt nicht so wirklich Sinn. Dann müssen wir uns das nochmal anschauen. So. Ja, die gute alte Altersfrage. Ja, läuft. Also wie gesagt, ich bin zufrieden. Die Buslinie, die müssen wir nochmal optimieren. Generell würde ich sagen, müsste ich langsam zum Ende kommen. Ähm. Denn, ja, wir sind jetzt ja schon fast dreieinhalb... Ja, wir sind eigentlich dreieinhalb Stunden am Spielen. Ähm. Das ist schon krass. Ich würde trotzdem nochmal alle Mods am Ende zeigen. Damit ihr die definitiv habt, könnt da dann auch anhalten, Pause machen. Ähm. Dass ihr da einen Überblick habt. Ähm. Das kriegen wir hin. Und hier ist der ganze Verkehr aufgelöst. Muss ich mal angucken. Und der löst sich ja noch mehr auf. Das sind noch die alten Überbleibsel hier wahrscheinlich. Ähm. Die fahren jetzt alle schön brav hier rüber. So. Optimal. So habe ich es mir gewünscht. Hm. Genau so habe ich es mir gewünscht. Ja, warum der... Ich glaube nur Krankenfahrzeuge und so, die dürfen abbiegen. Da kann man wahrscheinlich nichts gegen machen. Obwohl der Motorradfahrer auch. Ich verstehe es nicht. Eigentlich darf er es nicht. Ist halt so. So, jetzt schießen die hier alle rein. Boah, wie viele Rettungswagen hier lang fahren, ne? Hier noch mehr. Voll viele Rettungswagen. Das ist schon krass. Ja, auf jeden Fall läuft es ja hier mega flüssig jetzt. Da kann man ja nichts gegen sagen. Ich würde trotzdem, ähm... Ich liebe Kunst. Hm. Kunst finde ich auch langweilig. Weiß ich nicht, warum Picasso so viel Geld wert ist und so verstehe ich nicht. Das ist lächerlich. Äh... Das scanne ich mir mit dem Scanner ein, ja? Und dann, äh... Oder fotografiere ich das ordentlich ab und dann kann ich mir das tausendmal nachmachen. Äh... Beziehungsweise generell muss ich halt sagen... Ja, irgendjemand kritzt, was die meiste Kunst, die man irgendwo sieht, ist für mich persönlich nicht nachvollziehbar, ne? Das ist... Wo das Künstlerische da sein soll. Kunst ist, finde ich, wenn jemand ein perfektes Gemälde in der Stadt nachmalen würde oder so. Oder... Baum... Oder keine Ahnung, was das echt ist. Aber da so... So Wischfarben, man erkennt nur grob was, wo man sagt, das kann auch ein dreijähriges Kind teilweise. Äh, bei irgendwelchen Pinselstrichen, wo ich mir an den Kopf fasse. Ähm... Da ist das dann halt ärgerlich, weil da verstehe ich das dann nicht. Und ich glaube, ich habe den Fehler beim Bus gefunden. Das ist wieder eine andere Route, ne? Warum fährt der Bus in Kreis? Es gibt doch gar keinen Grund. Ist es nicht eine Haltestelle da dran? Nee, ich verstehe es nicht. Den werden wir da halt nochmal neu machen müssen. Vielleicht mal das auch zwischen den Folgen mal gucken. Aber Kunst ist ja eine Geschmacksfrage, muss man ja ganz klar sagen. Der eine mag es halt, der andere nicht. Der eine verstehe es, der andere nicht. Ist halt immer, ja, ein schwieriges Thema, ne? Ist alles relativ im Leben. Das ist nun mal so. Ja, diesen Stau, das wird unsere nächste Aufgabe sein. Und ich glaube, ich sehe wieder nur einen Weg dahin. Und das wird hier ein Kreisverkehr sein. Ihr wisst es ja schon. Es wird hier einfach ein Kreisverkehr hinkommen. Und dann sollte das laufen. Ähm... Bin ich mal sehr gespannt. Das werden wir nächstes Mal machen, wenn ich dran denke. Ja, und ich freue mich darauf auf den Stern, dass der mal bewohnt wird. Und ich finde, der sieht mega einfach aus. Der sieht so cool aus, dieser Stern. Da kann man mal gar nichts sagen. Und ich hoffe, jetzt wird allen hier schlecht. Nein, hoffe ich natürlich nicht. War Spaß. Ähm... Ja, auf jeden Fall sieht der richtig cool aus. Und auch diese Einfahrt gefällt mir so. Dass es so untertunnelt ist und so. Irgendwie finde ich es richtig cool. Ich weiß nicht. Ich mag den. Ähm... Mal gucken, was wir hier noch machen. Ja, wie gesagt. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Wird mich über ein Summle-up, also einen Daumen hoch, sehr freuen. Und, ähm... Ja, lasst doch ein Abo da, falls ihr noch kein Star gelassen habt. Und, ähm, ansonsten könnt ihr mich auch gerne mal weiterempfehlen. Auch das würde mich freuen. Und, ähm, da bleibt nichts weiter zu sagen, als dass ich euch einen wunderschönen Abend wünsche. Und, ähm... Äh... Dass ich euch einen wunderschönen Abend wünsche und morgen einen hoffentlich nicht ganz so stressigen Tag in Schule, Arbeit oder wo auch immer. Hashtag Zellron Army. Und wie gesagt, ähm... Dann schaut mal in den nächsten Tagen. Gibt es ein bisschen was Neues auf dem Kanal. Und, ähm, würde mich auch freuen, wenn ihr dazu die Kommentare da lasst, wie euch das gefällt. Ob in Zukunft ja gerade das eine Projekt, äh, was sehr langwierig sein wird. Ähm, ob euch sowas zusagt oder nicht. Schreibt, wie gesagt, gerne Kommentare. Ich lese gerne jeden Kommentar. Und die Mods nenne ich, äh, wie gesagt, habe ich gerade gesagt, am Ende des Videos. Wir speichern jetzt nun mal ganz kurz ab. Und dann, äh, gehen wir die Mods mal durch. Und zwar brauchen wir Newtown. Und das soll auch in Steam reingehen. Und, ähm, ja. Dann speichern wir das mal, dass da nichts schief läuft. Immer ganz wichtig. Und was wir auch noch mal ganz kurz machen können, die Statistiken durchgehen hier am Ende. Äh, das haben wir lange nicht gemacht. Äh, mache ich eigentlich auch ganz gerne. Hier haben wir die Staatskasse. Oder die Startkasse. Ähm, wenn man so will. Da sieht man, dass wir uns wieder ein bisschen erholen. Hier haben wir unser Budget. Das steigt und steigt und steigt und steigt. Der Wert der Stadt logischerweise auch. 13 Millionen, ja, Dollar, Euro, whatever. Äh, in dem Fall haben wir ja Euro. Die Besteuerung, ja, natürlich, äh, wächst die auch. Die Bevölkerungsveränderung, die steigt und steigt. Oh, wir haben jetzt erst über 80.000. Aber ab 75 sind diese Momente auf jeden Fall frei. Neubürger dürften wir jetzt eine ganze Menge haben. Beziehungsweise sie gehen ein bisschen zurück. Aber wir sind noch weit über den 100er-Bereich. Wir haben einen riesen Zuwächse. Und wir haben heute hier ungefähr, glaube ich, angefangen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und hier haben wir dann richtig einen Schub bekommen. Es läuft halt immer schubweise. Ist halt so. Die Geburtenrate können wir uns auch nochmal angucken. Die ist sehr hoch. Die Sterberate leider auch, ähm, die dritthöchste in der Geschichte unserer Karte. Die Beschäftigung im Prozent. Sehr wichtig. Sie fällt und fällt. Das heißt, da müssen wir mal gucken. Nächstes Mal. Verfügbare Arbeitsplätze. Natürlich sehr hoch. Ausbildungsstufe. Da verstehe ich nicht so ganz, was es hier heißt. 1, 2, 3. Keine Ahnung, was das genau heißt. Ob 3 gut ist oder schlecht. Ich weiß es nicht. Studenten in der Stadt. Über 20.000. Touristen. Die würde ich gerne auf über 1.000 bringen wollen. Steuereinnahmen von Touristen sind dadurch natürlich sehr gering. Die Zufriedenheit ist prinzipiell sehr gut. Chat lese ich gleich noch, wenn da was sein sollte. Wohngebiete. Sie steigen natürlich. Gewerbe auch. Alles andere wird mich wundern. Ja, es gab einen kleinen Absacker. Hier haben wir gebaut. Hier haben wir die ganzen Kreisel gebaut. Da haben wir sehr viel Gewerbe weggerissen. Das Gewerbegebiet hat sich nie wieder erholt. Das sieht man. Es geht jetzt langsam wieder in die Richtung hin. Aber die Umbaumaßnahmen hat es nicht ganz verkraftet. Gleiches befürchte ich bei den Wohngebieten dann. Wenn wir diese Autobahnen ändern. Es sind sehr viele Wohngebiete. Dass da halt das Gleiche passiert. Wir schauen mal. Industrie ist das Gleiche. Haben wir genauso weggerissen. Man sieht es. Kreisel hat so viele Jobs gekostet. Und so viele Einwohner verscheucht. Bürogebäude, sie steigen und steigen. Häftlinge steigen leider auch. Da müssen wir mal gucken. Mehr Gefängnisse. Fahrradfahrer sind auf einem guten Niveau würde ich sagen. Katastrophen. Ja. Da hatten wir mal eine. Ist schon ein bisschen her. Verlust aus Katastrophen. Ja gut, da haben wir 27. Ja, 26,87073 Menschen verloren. Das ist eine super Top-Zahl auf jeden Fall. Ich teile mich auch immer an 29 Stücken. Eingestürzte Gebäude. Ja, hier ist der Brand gewesen. Ich entsinne mich. Ich entsinne mich. Unzerstörte Straßen. Ja. Soviel dazu. Jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Was haben wir hier noch? Danke dir noch einen schönen Urlaub. Schreibt Dennis. Danke ist ja nur noch heute und morgen. Trotzdem danke. War einfach mal eine Woche Erholung nötig auch. Bei uns schönen Abend Selron Army. Also Hashtag Selron Army. Genieß deinen Urlaub. Auch dir Dankeschön Michelle. Auch danke, dass du immer so lieb moderierst. Da, ähm, was haben wir noch? Ähm, da, dam, 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 dam. Äh, ist in City nicht wie echt also das Dollar einstellst. Das kann sein. Ich weiß es nicht. Ich spiele mit Euro. Ähm. Oh, der, äh, der Olli Craft, beziehungsweise Öl, Ha, Öl Craft. Ich entsinne mich. Ist am Start. Wir hören leider gerade auf, lieber, ähm, Olli. Ähm. Ne, die Mods machen wir jetzt noch. Die Mods machen wir noch. Wir sind jetzt mal die Statistiken durchgegangen. Immer Step by Step, ne. Nichts überstürzen. Immer ganz entspannt. Die Mods gehen wir durch. Ähm. Ach, die du gleich, äh, nennst. Ja, gern geschehen. Ich hab gedacht, du denkst, ich mach die nicht. Ich hab die vergessen. Hab ich nicht. Äh, das machen wir jetzt auch noch. Äh, lieber Olli. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Nur, wie gesagt, streamen leider muss ich zum Ende kommen. Geht schon dreieinhalb Stunden. Aber ich veröffentliche ihn natürlich nach. Da kannst du ihn gerne schauen, wenn du möchtest. Oder Kommentare schreiben. Und, ähm, hier sind die Mods. Bitte macht euch, äh, Screenshots dann. Oder sowas. Beziehungsweise das Video veröffentliche ich noch. Ähm, spätestens morgen früh. Und der rechnet das immer nochmal durch. Eventuell sperrt er das wegen Urheberrecht. Äh, dann kann man Widerspruch einreichen. Und es ist ein bisschen kompliziert, äh, weil irgendwas anstößiges drin ist vielmehr. Urheberrecht wird ja gleich gesperrt. Aber, äh, wenn irgendwas anstößiges für ihn drin ist, wie eine Titelbeschreibung oder so, werden oft Videos, äh, demonetarisiert oder zurückgehalten. Äh, ist ein bisschen schwierig. Darum lasse ich es immer erst durchrechnen und dann veröffentliche es. Ja, wie gesagt, da könnt ihr nochmal kurz Pause anhalten. Und, ähm, dort könnt ihr die dann gerne sehen. Es ist jetzt ein bisschen viel, das alles aufzuschreiben. Wenn ihr mal Lust habt, könnt ihr mir eine Liste machen, die mir per Twitter oder unserer, ähm, unserer Steam-Gruppe zukommen lassen. Oder alternativ auch gerne unter dem Video unter irgendeines posten, was mit dem Spiel zu tun hat. Dann würde ich diese Mods am besten mit der Version, äh, auch veröffentlichen. Weil, wie gesagt, ist mir ein bisschen viel Schreibkram jetzt gerade alles. Ähm, dann habt ihr das. Und wie gesagt, wenn euch das jetzt gerade so schnell geht, das Video wird definitiv nachveröffentlicht. Dort könnt ihr dann halt wirklich, ähm, äh, Pause machen und das ganz in Ruhe euch aufschreiben oder raussuchen, ganz wie ihr das wollt. Nur, ich will das jetzt hier im Stream nicht so in die Lange ziehen. Wenigstens hast du es nicht vergessen. Das, lieber, lieber Olli, das werde ich niemals vergessen. Äh, welcher Mod das jetzt mit den Infos ist, ich, äh, hab's vorhin gesagt, ähm, das müsste, wenn ich, äh, mich recht entsinne, dieser, nicht Traffic, nicht. Road Cross nicht. Crossing, das ist Moved, den haben wir noch gar nicht mal ausprobiert. Müssten wir auch ausprobieren. Ähm, Moni. Also entweder ist es dieser LOD-Toggler, da müsstest du mal gucken, der könnte das sein. Oder ist es dieses Improved Public Transporting. Ähm, einer dieser beiden sollte das sein, wenn ich das so richtig sehe. Das ist Free World First Person, das ist Fine, äh, Road, das ist er auch nicht. Landscape kann es nicht sein. Oder dieser Extended Public Transporting. Einer dieser drei müsste das sein, der Rest kann es nicht sein. Also, wie gesagt, einer dieser drei Mods ist es definitiv. Mir bleibt nichts weiter, als Danke zu sagen, euch einen schönen Abend zu wünschen. Und, ähm, wie gesagt, lasst einen Daumen da, empfehlt den Kanal, ähm, damit ist mir am meisten geholfen. Und, ähm, ja, wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Im, da haben wir es doch, da hat schon, Panda hat schon geschrieben. Danke, lieber Panda. Wie viele Abos hast du eigentlich? Äh, aktuell sind sie ausgeschaltet. Ja, wir sind ganz knapp unter 1000. Wir haben, glaube ich, aktuell 985, 988, äh, ja, 985, 988, irgendwie sowas. Also knapp unter 1000. Darum werde ich wohl auch meinen, äh, Status bei YouTube, äh, verlieren leider. Weil ein paar Boudements fehlen. Darum sage ich ja, ein paar Boudements könnten schon helfen. Also vielleicht empfehlt ihr einfach mal euren Klassenkameraden, Arbeitskollegen, Freunden, wie auch immer, mal weiter. Wenn euch das hier gefällt, generell was auf dem Kanal ist, ähm, gibt ja auch regelmäßig neuen Content. Dann könnt ihr mir damit helfen, ähm, dass ich, äh, diesen Status, den Partnerstatus bei YouTube nicht verliere. Gut, aber selbst wenn ich ihn verliere, geht die Welt nicht unter. Ich verdiene mit YouTube nicht die Welt. Das kann ich auch sagen. Es sind 3, 4 Euro im Monat ungefähr. Es ist halt ein kleines Obolus-Taschengeld, wenn man so will. Mehr ist es ja nicht. Wobei das ja noch nicht mal ausgezahlt wird, weil es Minderbeträge sind. Ähm, ja, so ist das halt. Aber, ähm, wie gesagt. Ihr wisst auf jeden Fall jetzt Bescheid. Seid da informiert, ähm. Okay, dann sag ich, äh, für die Zahlen Glückwunsch, äh, habe ja lange nicht mehr reingeschaut. Das stimmt, du warst länger nicht da. Gut, ich verabschiede mich jetzt nicht mehr so lange. Danke für alles und, äh, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Schönen Abend noch. Ciao ...